Durch die Hoffnungswirtschaft mit Walter Niefeld. Und in der Offenbarung, Kapitel 11, in der ersten Tierenfahrt, geht es darum, wo der Kampf zwischen der Baisen und der Gäude, sei ein Mastisches. Aber Gott sagt dem Baisen nicht ganz, wo du und ich wieder. Und Gott unterstellt die, die am Gehörern sind, ein Jaft an die Gelegenheit, dort Baisen zu besiegen. Auch wir als Christen sehen, mit dem Gäude, dort schlechte Besiegen. Das heißt, wenn uns nicht jankert, wenn uns Gott nicht gefällt, wenn wir Haus haben oder Betten oder uns Rache wollen, weil jemand uns erreicht, jemand, der uns tos hat, dann sagt Gott, wie sie die Menschen, die uns schlechte, wie sie die Sehne, die uns fliegt. Die uns verfolgen, für den soll wir beten. Wenn wir dort tun, dann wird Gott uns unterstellt. Und er wird dem Baisen nicht gerannt, sagt er. Und uns wird niemals werchen kaputt machen. Der Herr Brauner Leiber sagt dann, niemals kann ich wer kaputt machen, wenn du dort stehst, wo Gott die Hänge gestaltet hat, weil es das Blut von Jesus Christus, dein Schutz ist. Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Krieg gesiegt hast, dass du den Baisen auf den Kopf gekleint hast, dem Sotun, und dass du alle Macht hast, am Himmel und ab hier. Und ich danke dir vor dem Himmel, dass du den Baisen nicht gerannt hast. Und dass wir ganz ruhig sein, dass wir bei dir sicher sind. Und wir beten dein Name, Jesus. Amen. Warte im nächsten Mal mit der Hoffnungsbotschaft. Das wird eine Produktion von Jesus Responde im Mundo von euch. Töp möchte ich den Namen Jesu gerade schreiben über Paraguay und der Welt. Kontaktieren uns in ja info arroba jesusresponde.com Bis zum nächsten Mal mit der Hoffnungsbotschaft. Bis zum nächsten Mal mit der Hoffnungsbotschaft.